Mein Name ist Nico Frey, ich bin HR-Business-Partner und arbeite seit 2018 bei Stibel Eltron. Das Arbeitsklima hier finde ich sehr attraktiv. Auch der moderne, helle Firmensitz passt perfekt zu unserer Unternehmung. Neue Mitarbeitende erwarten einen fortschrittlichen Arbeitgeber mit guten Zukunftsaussichten. Ich arbeite gerne bei Stibel Eltron, weil die Unternehmung spannende Perspektiven bietet und mich weiterentwickelt. Ich kann Verantwortung übernehmen und die Zukunft der Unternehmung mitgestalten. Die Zusammenarbeit ist auf allen Stufen sehr unkompliziert und authentisch. Das Arbeitsklima ist sehr modern. Das liegt auch an den coolen Leuten, die hier arbeiten. Für meine Aufgabe ist es wichtig, umfassende Kenntnisse über die einzelnen Abteilungen zu haben und ihre Herausforderungen zu verstehen. Man muss verschiedensten Anspruchsgruppen gerecht werden, wie zum Beispiel Management, den Teamleitenden und den einzelnen Mitarbeitenden. Dabei darf man den Fokus nie verlieren und muss auch das Gesamtinteresse der Unternehmung im Blick behalten. Stibel Eltron ist ein sehr flexibler Arbeitgeber, der rechtzeitig auf Trends im Markt reagiert. So bieten wir zum Beispiel flexible Arbeitszeiten, Teilzeitarbeit und auch Homeoffice. Unsere Mitarbeitenden sind sehr motiviert und können sehr gerne arbeiten können. Das wirkt sehr inspirierend. Mir gefällt der technologische Aspekt der Produkte und ich finde es beeindruckend, wie viel Technik und Wissen in den Geräten von Stibel Eltron steckt. Die Arbeit hier ist sehr vielseitig. Es gibt viele spannende Projekte, die ich aktiv mitwirke. Dadurch kann ich die Zukunft der Unternehmung mitgestalten. Wir legen alle das Fundament für unseren zukünftigen Erfolg. Und wir sehen uns beim nächsten Mal im nächsten Mal im nächsten Mal im nächsten Mal.